Meine Fans, ein großartiger Spieler könnte Borussia Dortmund verlassen, aber erstmal, wenn du ein treuer Dortmund-Fan bist und keine Infos zu unserem Lieblingsteam verpassen möchtest, empfehle ich dir, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um hier alle Infos aus erster Hand zu erhalten, zurück zum Thema, Liverpool ist bereit, die Bank zu sprengen. Um Mittelfeldspieler Jude Bellingham von Borussia Dortmund zu verpflichten, laut Transfer-Experte Fabrizio Romano haben die Reds bereits Kontakt zum Gefolge des 19-Jährigen aufgenommen, allerdings nicht als einzige Mannschaft, er erklärte auf seinem YouTube-Kanal, es wird fast unmöglich sein, den Spieler im Sommer zu halten. Er spielt mit England und für Borussia Dortmund in der Champions League, Bundesliga und Weltmeisterschaft fantastisch, viele Vereine haben Gespräche mit Bellingham-nahen Personen geführt, aber noch nicht mit Dortmund. Diese Klubs sind sicherlich Liverpool, sie wollen Bellingham um jeden Preis. Real Madrid ist auch interessiert und hat einige Kontakte geknüpft, Manchester City, er ist gut mit Erling Haaland befreundet und City wird wahrscheinlich im Sommer einen Mittelfeldspieler auswählen. Behalten Sie Chelsea im Auge, denn Bellingham und Frenkie de Jong sind zwei Spieler, die weiterhin im Kader von Chelsea stehen, damit Sie keine Informationen wie diese mehr verpassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin solche Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team verpassen, und das ist eine Umarmung.